Musik Tede Estland! Hier bei mir gibt es jetzt nur für dich deinen nationalen Fan-Style für alle Sportarten, damit du perfekt ausgerüstet bist und geschminkt und gestylt in den Farben deiner Flagge. Wie ich das alles gemacht habe, das zeige ich dir. Du musst einfach nur dranbleiben und dir alle drei Teile meines Tutorials anschauen. Viel Spaß! Auf dieser Seite meiner Wange kommt jetzt erstmal die Estland-Flagge hin. Das ist immer ganz, ganz wichtig, gerade bei einem nationalen Fan-Style, dass man die Fahne auch im Make-up sieht. Ja, also erstmal blau, schwarz, weiß. Wobei ich ja jetzt auch schon ein bisschen Estland-Stylish aussehe. Bei den Augen benutze ich jetzt einen blauen Lidschatten und einen schwarzen. Also ich trage erstmal blau auf und in meiner Lidfalte schwarz. Und Estland. Die Lippen mache ich jetzt einfach ein bisschen rot. Estland, dein Fan-Make-up ist fertig. Falls du noch Fragen hast, in den Kommentaren unten reinschreiben. Die Haare. Ja, was habe ich wohl mit den Haaren gemacht und wie habe ich das gemacht? Äh, wie? War die nicht eben noch blond? Hast du dich bestimmt gefragt. Ja. Ich löse das Rätsel, in Anführungsstrichen Rätsel, in Teil 2. Schau in Teil 2 rein. Da zeige ich dir, wie ich das mit den Haaren gemacht habe. Mua, Mua, Neckermies. Heute geht's mir so gut wie noch nie. Nichts als positive Energie. Freie Gedanken, auch kein Grund. Bis zum nächsten Mal.